ja so mein Damen und Herren da begrüße ich euch bei einer Runde morgen Winteredition um die muss sagen die Musik ist er laut ist schließend haben wir los wir beginnen warum meint das ist in der Zappi und ich wollte es einfach mal euch zeigen wenn ich das Game auch habe und wir versuchen hier einfach mal paar Rekord aufzustellen die ich vielleicht später nochmal schlagen werde ich habe auch noch andere Morgens die auch richtig lustig sind die werde ich bestimmt auch noch heute aufnehmen denn ich muss jetzt noch warten heute ist Montag bis 14 Uhr warten bis mein abgenommen werden darf oh mein Gott oh mein Gott Punkte 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 ja eigentlich müsste ja jeder morgen kennen das ist so ein Spiel wie tief ist das müsste schon jeder kennen und ich werde das hier einfach mal so zappt hier habe ich mir gedacht rausbringen denn ich habe es ja und Prozent jetzt kann machen könnte ich ja nicht ich war gerade beim Arzen die haben mir gesagt also sie sind noch nicht dafür ähm sie müssen ein Spaß beiseite die haben mir gesagt ich soll jetzt warten Termine hat Sprechstunde scheint Leister ja wie man sieht ich habe einfach schon gespielt wir nennen es hier man sie acht fünf fünf sechs oh knapp ne letztes mal ähm gut ab ich würde sagen ab in die nächste Runde gucken ob wir jetzt mehr Glück haben über acht wir müssten neunhundert shoppen das war echt die Promos so na ich werde mal gucken ich werde jetzt äh ein paar Gamechips voraus produzieren die ich kann damit ich hier so sagen kann hey Leute ich kann mir den Tag zwei Videos rausbringen ich bin äh Gold, Player und ich weiß wenn man so ein Glück hat dass er genau da wäre oh hier achso also womit echt machen werde ich wohl nimmer schießen oh minus ein Punkt nicht gut hey ich habe ich habe oder was oh nein das war mies minus 25 Punkte scheinbar leister Leute ich brauche Punkte Hühnchen Mist 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 sind wir bei 1 30 3 minuten 4 50 mal 5 minuten das recht vollkommen zu für so hingeben mehr brauchen wir auch dafür nicht in den szenen der zappi und zeigen dass ich das geben habe und es ist auch nur gerade zeit vertreibt jetzt war noch vorhanderspielen das noch nie rausgebracht habe und wie ihr das findet also mal gucken ich werde es heute mal aufnehmen einen für den müssen wir mal einen guten bekommen was habe ich gerade für ein pech eigentlich alles ein glücksgame hier das mache ich überhaupt nicht das ich jetzt kommen sie noch mal jetzt am ende Leute, ich würde sagen, war es das mit den ganzen jetzt? Na ne, ne. Wenn ihr euch ganz bald gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Mal und sagt, wenn Sie bitte lassen, tschau tschau!